Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute drei Across-the-Map-Kills im Black Wolf 2. Und ja, seht selbst. Neutralize the objective. We got the bomb. We got the bomb. Changing. I'll move. Und ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch haben die Kills gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Kommentar, abonniert mich und gebt dem Video ein Like. Wenn nicht, dann geht einfach weg. Du kriegst auch noch Videos an. Jo, das war's dann auch schon von mir. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.